Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal ein Video dazu mache, wie man Siegelpulver farmt. Echt verrückte Zeiten. Also ich habe schon über viele Sachen, über Silbererz, wie man die farmt, Videos gemacht, schon Video dazu gemacht, wie man am ehesten Glut in der Höllenflut farmt oder die Samen im PvP-Gebiet. Aber das war aber ein Video zum Siegelpulver machen. Finde ich ganz interessant. Vorab, es gibt ganz viele verschiedene Quellen, wo Siegelpulver herausgibt. Es gibt die Legion, wo Siegelpulver gibt. Es gibt Aufgaben in Nightbird Dungeons, die Siegelpulver geben. Das ist aber alles relativ irrelevant. Ich nenne euch die zwei, drei Quellen, die am meisten Siegelpulver geben. Und wenn ich sage am meisten, ist es leider immer noch wenig, was es an Siegelpulver gibt. Wir können direkt zu Anfang sagen, das was am meisten Siegelpulver gibt, ist tatsächlich Siegel beim Okkultisten kaputt zu machen. Wenn ihr hier ein Siegel verwertet, sagen wir mal hier ein 89er Siegel, dann seht ihr links gibt es 125 Siegelpulver. Das ist gemessen an der Zeit, an dem Aufwand und an der Menge des Siegelpulvers die effektivste Art Siegelpulver zu bekommen. Das heißt, wir müssen eigentlich nicht Siegelpulver fahren, sondern Siegel, so blöd es klingt. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Einerseits natürlich durch grausige Gaben beim flüssenden Baum. Dort ist es ja so, dass ihr eine Truhe jeweils auswählen könnt und in der Truhe ist immer ein Siegel drin. Das Level des Siegels, was ja auch darüber bestimmt, wie viel Siegelpulver ihr bekommt, wird dadurch bestimmt, welches Level ihr bisher in einem Siegel abgeschlossen habt. Habt ihr also eine Nightmare Dungeon Stufe 90 abgeschlossen, könnt ihr plus minus 5 Level auch ein 90er Nightmare Dungeon vom flüssenden Baum bekommen. Das heißt, die Spannung ist immer von 85 bis 95 in diesem Fall. Habt ihr aber zum Beispiel mal ein 100er abgeschlossen, dann könnt ihr von 95 bis 100er Nightmare Dungeons bekommen. Das heißt, umso höhere Nightmare Dungeons, die ihr abgeschlossen habt, umso höhere Nightmare Dungeons könnt ihr auch beim flüssenden Baum bekommen. Die andere Möglichkeit, um Siegel zu finden, ist in anderen Nightmare Dungeons, so blöd es klingt. Das heißt, ihr müsst Nightmare Dungeons zünden, um Nightmare Dungeons zu finden. Deswegen würde ich hier einmal in den Glockenturm von Sakura gehen und dort euch noch einige andere Sachen sagen. Ein Zusatztipp, Glockenturm von Sakura ist bei mir aktuell ein Dungeon mit grausigen Gaben. Das bedeutet, wenn ihr auf der Karte, das zeige ich euch sofort, einen Dungeon seht, der euch grausige Gaben gibt, da könnt ihr direkt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wie zum Beispiel, so sieht das hier aus, gepeinigte Ruinen. Habt ihr also das Nightmare Dungeon für gepeinigte Ruinen, könnt ihr direkt das Nightmare Dungeon abschließen, dort Siegel sammeln und noch fünf grausige Gaben holen, so wie es jetzt hier bei dem Glockenturm von Sakura auch ist. Habe ich euch nicht gezeigt, seht ihr aber am Ende, wenn ich es abschließe. Wenn ihr im Dungeon seid, ist es ja immer so eine Frage, kill ich viele Gegner oder renne ich ganz schnell durch? Wenn ihr durch das Dungeon durchrennt, kriegt ihr safe ein weiteres Siegel. Das heißt, ihr seid plus minus null, weil ihr das Siegel hier eingesetzt habt und ihr kriegt am Ende des Siegels auch nochmal ein Siegel. Ihr müsst also schauen, dass ihr im Dungeon selber Siegel bekommt, um quasi plus zu machen. Und dafür müsst ihr natürlich alle Gegner besiegen. Ihr müsst jetzt nicht auf Krampf jeden einzelnen kleinen Gegner besiegen. Ich glaube, das macht nicht so viel Sinn. Aber vor allen Dingen die Elite, die haben eine erhöhte Chance, solche Siegel fallen zu lassen. Und ganz, ganz wichtig sind Truhen. Weil Truhen haben nochmal die höchste Chance von allem, Siegel fallen zu lassen. Ich würde sagen, ich laufe jetzt einmal durch und sollte ein Siegel fallen, dann mache ich mal eben einen Cut und sage ich euch auch, wo die Quelle war. In Dungeons gibt es immer wieder solche Aufgaben. Ich hatte ja schon gesagt, diese Aufgaben haben eine Möglichkeit, Siegelpulver zu geben am Ende der Aufgabe. Das können so 60 sein, bis zu 60. Müsst ihr dann selber entscheiden, ob es euch das wert ist. Weil, wenn ihr die Aufgabe hier macht, kommen ja auch viele Gegner. Und jeder Gegner hat eine Chance, ein Siegel fallen zu lassen. Wie zum Beispiel hier, das passt ja perfekt, Altstein. Das heißt, wir haben jetzt schon mal ein Siegel plus gemacht. Deswegen, mein Tipp auf jeden Fall, macht die Aufgaben immer nicht unbedingt wegen dem Siegelpulver, das ihr am Ende bekommt, sondern wegen der Massen an Gegnern, die ihr in so einer Aufgabe habt. Und am Ende gibt es ja auch nochmal eine Kiste und die Kiste hat auch nochmal eine Chance, ein Siegel daraus zu spawnen. Oh, und da haben wir auch direkt das nächste Siegel. Also habe ich jetzt schon zwei Siegel plus gemacht im Nightmare Dungeon. Da bin ich auch schon beim Boss. Ich habe leider kein weiteres Siegel bekommen. Bedeutet, durch die Aufgabe habe ich zwei plus gemacht. Und jetzt hier am Ende von dem Boss gibt es auch nochmal ein Siegel. Kann ich euch zeigen. Das ganz hinten Schlund des Leviathans. Das heißt, ich habe Schlund bekommen. Ich habe Altstein bekommen. Und nochmal Altstein. Bedeutet, insgesamt drei, zwei plus gemacht. Und, ihr habt es vielleicht gesehen, ich habe die grausigen Gaben bekommen. Das heißt, ich kann jetzt zum Baum gehen und dort auch nochmal ein Siegel bekommen. Was ihr hier auswählt, ist relativ egal. Geben immer ein Siegel. Egal, ob es jetzt eine braune Kiste ist oder eine normale. Lubans Ruhe nehme ich mit. Und habe jetzt im Video geht acht Minuten. In acht Minuten vier Siegel bekommen. Eins muss ich natürlich benutzen. Und drei kann ich kaputt machen. Sind also um die 360, 370, 380 Siegelpulver. Je nachdem, welche Siegelstufe ihr nutzt. Wenn ich jetzt zum Beispiel die verwerte, die ich nicht mag. Wie zum Beispiel Schlund und Altstein. Seht ihr, habe ich um die 360 plus gemacht. Lubans Ruhe ist auch nicht so toll. Mache ich auch kaputt. Und habe ich jetzt in kürzester Zeit fast 500 Siegelpulver gemacht. Wichtig ist natürlich, dass ihr die guten Siegel behaltet. Behaltet, wie zum Beispiel den Glockenturm von Sakura oder die Goa Ruin. Die besten sind Verlassener Tunnel und Chiroko Höhle. Da sind richtig, richtig viele Gegner. Viele Spinnen, die sich wiederum aufploppen. Und mehrere Spinnen. Das heißt, mehr Gegner, mehr Chancen, dass Nightmare Dungeons fallen können. Das sind leider schon alle Quellen für Siegel. Wie gesagt, es gibt auch bei Legionen die Möglichkeit, dass Siegelpulver fällt. Aber der beste und schnellste Weg sind wirklich Siegel beim Okkultisten kaputt zu machen. Wenn euch noch super Quellen einfallen, schreibt es mir sehr gerne unten in die Kommentare. Bin ich sehr, sehr gespannt, ob ihr noch coole Ideen oder Quellen habt für Siegelpulver bzw. Siegel. Ich würde mich sehr über ein Follow auf den Kanal freuen. Heute Abend kommt ja der Schlachthof von Zier. Wenn ihr da dabei sein wollt, gerne mal auf Twitch reinschauen. Da bin ich wahrscheinlich gleich live und schaue an den Schlachthof von Zier. Ich würde mich sehr über ein Like auf dem Video freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.